Hallo zusammen, heute habe ich mir im Internet die Noten von I'm so excited gekauft, weil ich diesen Song gerne einmal mit dem Korg PA4X Musikant spielen möchte. Die Noten habe ich, jetzt ging es auf die Suche nach einem passenden Style und da bin ich nach einigem Hinhören fündig geworden und zwar Everybody Brothers. Man kann sich schon denken, was sich dahinter verbirgt und hier habe ich einfach die Spuren, er kommt 4 und 5 und die 2 stumm geschaltet. Intro 1 ohne Begleitung, nur Schlagzeug und dann geht es los. I'm so excited. Ich hoffe es gefällt euch. 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 Musik 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 Musik